Mach DAT! Läuft schon wieder Ähm Ich weiß noch, was ich sagen wollte Egal Was hab ich denn hier? BMW nehm ich nicht Mann BMW, überall BMW Ah ja stimmt, ich muss auch noch eben ein anderes Auto nehmen Der schaltet scheiße Den bin ich auch schon gefahren Straße Ich glaub ich nehm den Nissan 370Z Der ist bestimmt cool Ich nehm den Sparow Ich will den auf 1999 kriegen Okay Ähm Dings Bonus hier Mit Lever West Dicken Bonus Dicken Dicken Bonus Ich hab schon 2,5 Millionen Toll ne? Toll Mein PC wird wahr Erik Guck mal schön Erik Erik Wichtig toll ne? Interstate 94 Ich will die Route 66 fahren Es regnet vielleicht gleich hier Ja Oh ich verlinke's Vor allem im Vorspann sind die Kisten noch nicht da ne Die kommen erst gleich Ja Boah meiner dreht direkt so hoch wenn ich Nitrogen oder am Anfang Ja ich muss immer Nitrogen hochschalten, Nitrogen hochschalten, Nitrogen hochschalten Ja ich weiß nicht wenn ich schalten soll Ich bin instant im 4. Gang Gleich seh ich nix denn mein Motorhauer kommt immer höher Ja ich seh ich nix denn mein Motorhauer kommt immer höher Hehehe Aber der kann auch vermuten zweiten anfahren das macht dem Lagen gar nix hier Merkt man doch fix gar nicht Alter meine Motorhaube die ist echt so halb im Bild ne? Das wird ein tolles Video Hier seht ihr meine Motorhaube ne? Hehehe Hehehe Ich glaube ist das gerade hier cool mit den kleinen Spräßchen Also heute spielen wir Motorhaube Simulator 2016 Ja das ist besonders schön Wir fahren hier heute mit einer Motorhaube von einem Oh Ja 370Z ich bin grade scheiße Ich bin grad echt scheiße Ich auch Ich hab wir müssen gleich nicht zurückfahren Ne Ich hab alle Gäste geholt Ich bin ein paar mal im Kreis gefahren Gut Ich hab auch schon einige verpasst Ich hörts glaub ich noch keinen Außer halt die die ich von dir mitgenommen hab Die du dir von mir mitgelegen lassen hast oder so Aber der Subaru schaltet mir auch ein bisschen zu langsam manchmal Der Nissan der schaltet richtig schnell Aber es geht eigentlich Oder scheiße ist bei diesen Pickups oder so Die sind scheiße im Schalten Oder der Cadillac Escalate Der ist auch kack können scheiße Der ist auch kack können scheiße Der ist auch kack können scheiße Der ist doch angepasst Hä wie siehst du das denn? Du fährst gar nicht da wo ich gefahren bin Du fährst ne andere Strecke Tim Ja aber hier Das kann nicht alles von mir sein Doch Du musst Schlangenlinien fahren einmal Bei einer Strecke Das ist so ne breitere Hauptstraße Da musst du Schlangenlinien fahren Ich weiß auch nicht warum Okay Habe ich mich auch schon gewundert Als ich dann gefahren bin Fahre ich jetzt wieder zurück Und nehme die zwei noch mit Kann es auch sein lassen Sonst Achso dann schaffen wir das nicht echt Ich hab noch keine verpasst Ich hab noch keine verpasst Weil ich hab noch keine verpasst Ich glaube ich zumindest Glaub ich zumindest Hier darf man ja nur neun nicht haben Ja stimmt das ist ein bisschen enger Wenn dann einer liegt dann ärgern wir uns Eben Vor allem weil die die ich verpasst habe Ganz am Anfang waren Die meisten Alter hätte ich gar nix mehr Mein Motorhaube ist so hoch Ich glaub du sollst mal dein Auto reparieren Ja wie soll das denn gehen Das liegt ja am Rennen Das liegt weil ich die ganzen Kisten wieder weg haue Ich sollte vielleicht ein anderes Auto nehmen Aber das Der gefällt mir Haaaa ich fahr schon wieder an Kisten Meinst du mal reicht es Wenn du einfach nach dem Rennen Dein Auto reparierst Komplett Geht ja weniger schnell kaputt oder was Ja Ist doch logisch oder egal Ist halt spiellogisch ne Ja ist halt unsere Crew Hast du noch nie von dich gehört? Ne Ich weiß auch gar nicht was ich gerade spiele Wir spielen heute eine Runde Äh Alter ich hatte schon wieder Was ist hier los? Negracers 1 Hä? Was ist das? Ähm Nichts Okay Ich äh Alter das ist doch jetzt nicht wahr Was ist? Hier ist eine unsichtbare Mauer Ach da Ach da auf dem Ding häng ich die ganze Alter das geht gar nicht klar hier Ich schaffe das jetzt nicht Ich häng die ganze Zeit hier fest Ich komme ich hau dich weg Ne warte Ich hab mich zurückgesetzt Geht jetzt so Ich hab mich schon dreimal zurückgesetzt Oder zweimal Auf jeden Fall bin ich immer wieder In dieser selben Stelle da hängt und blieben Ich bin richtig dumm Da war irgendein Bug Wir waren wieder Betonkisten oder so unterwegs Ja du kannst Betonkisten Ich hätte es guter gefunden wenn ich in die Luft geflogen wäre Als wenn ich da hängen bleibe So wie ich gerade eben Ja oder wie ich davor aber da bin ich nicht so ganz wenig Ich hab mich einfach dreimal hochgeflogen mit dir hochrollen Alter Du hast mich nicht gerannt ne Nö Hier läuft irgendwas schief in meinem Spiel Ganz ehrlich Ey das meine Ja ich fahr auch schon nicht vorbei Ich möchte dir vorne wenigstens mit Nein Boah Sag doch es wird knapp Knapp? Ja hier stehen nicht mehr so viele Ja Ich weiß was mich die ganze Zeit trifft Was denn? Deine Mothaube Die Kisten nicht wegramme die kommen von hinten hinter mir her und rammen mich Alter Geil Das ist so unrealistisch Ich denke mal du rammst nicht Gut ne Stufe 49 Teil Du 50 Teil Bremsbonus Nicht ausstatten Nicht ausstatten Nicht ausstatten So Hast du Video wieder pausiert? Nee jetzt Nee jetzt